Hallo, ich bin der Simon. Ich bin im dritten Lehrjahr und mache meine Lehre beim Gastgewerd in Eugendorf. Ich bin jetzt im letzten Lehrjahr. Ich habe jetzt seit knapp drei Monaten meine Geldtasche gekriegt. Ich habe jetzt mit einer eigenen Station beibringen können, weil es mir wirklich Spaß macht in der Gastronomie. Und wir haben immer einen Spaß beim Gastgewerd.